Gestern hat es am Vormittag stark geregnet. Den ganzen Tag über war es sehr dunkel. Am Nachmittag hat sich das Wetter geändert und es hat nicht mehr geregnet. Es war weiterhin nass und kalt. Heute haben wir endlich schönes Wetter in Wien. Ab dem Vormittag gibt es viel Sonne in unserer Stadt. Am Nachmittag bleibt das Wetter trocken und warm. Erst am Abend kann es dann regnen. Morgen gibt es schon am Vormittag wieder starken Regen, aber am Nachmittag soll sich die Sonne zeigen. Am Abend bleibt es dann warm und trocken.